Ich bin jetzt auf einem Server, auf den bis zu 100 Leute raufgehen können, aber zurzeit sind nur 17 drauf. Zum Glück. Sonst könnte das, glaube ich, ganz schön laggen. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ich habe noch nie auf einem so großen Server gespielt. Aber ich dachte mir, da mal wieder auf den Servern, auf den ich sonst spiele... Irgendwie sind die Runden hier extrem kurz, aber auch egal jetzt. Auf den Servern, auf den ich sonst spiele, ist mal wieder niemand und deswegen... Ja. Ist eigentlich sinnvoll, dass die Runden total kurz sind. Bei so einem großen Server eigentlich. Naja. Gleichzeitig sorgt das auch für wirklich kurze Folgen. Leider. In dem Sinne. Na gut, ich höre jetzt mal den Leuten zu. Hier ist gerade... X, X. Oh fuck. Online. DZ, wo bist du? Ich bin... Puh, wir sind hier gerade los, alles. Ah, wer schießen da? Ach, Leute. Ich habe gerade auf ein Schwein geschossen. Schieß ab. Scheiße. Schieß mich ab. Jus. Was ist das? Eine laufende Flasche. Was machst du mit dem Schwein? Mit dem armen Schwein? Ein Schwein sein? Ich dachte, ich tue dir mal was. Schweine weit werfen? Läufende. Ich meine Schweine. Oh geil. Habe ich gerade jemanden erwischt? Ich habe eigentlich aufs Schwein geschossen. Schönen, wo das Schwein? Die Leute hier umliegen über Leichen. Wow, was für eine... Ja. Interessante Runde. Ganz interessante Runde schon. Irgendwie. Ich habe jetzt sogar gar nicht, was hier gerade alles los ist gleichzeitig. Aber naja. Ja. Der sieht ja auch interessant aus. Ist leider ein Server mit Point Shop. Ich mag eigentlich sowas gar nicht, weil... Zum Beispiel wegen dieser laufenden Flasche. Die erkennt man dann immer. Es ist halt echt eigentlich ein bisschen blöd. Aber es gibt es ein Blüfter mal. Okay. Ist keine Death Station. Ich bin mir ganz ganz sicher. Oh, komm her. Oh, komm her. Oh, komm her. Oh. 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 Sorry, ich wollte dich nur anschließen. Sorry, Mann. Scheiße, ich muss mich selber umbringen. Lass mich töten. Mich töten. Oh. 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 Wow. Ich bin bei Emmanon LP. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass ich mir so Klamotten kaufen werde. Auch wenn es irgendwie lustig ist. Aber trotzdem, dann fällt man so viel mehr auf. Das ist eigentlich echt unpraktisch. Den zum Beispiel merkt man sich ja sofort. Der kann hier gleich den Namen über... Der kann gleich sein Name über ihm stehen. Hier sogar ist es aber noch besser, weil man... ...sich das Aussehen noch besser merkt. Ah, so. Der bastelt sich echt durch alles durch und findet keinen Ort, um sich zu töten, ne? Hö? Es kann doch nicht sein, dass hier links Ganaten sind. Also, wenn du willst, kann ich dir eine geben. Ach, das wäre nett. Ja. Ah, ich werd... Ich brenne auch, glaub ich. Oh, jetzt nicht mehr. Sehr schön. Puh, noch sieben Leben. Na gut, ich glaube, den noch mal identifizieren. Ach, das war der Typ, den wieder gerade... Na gut, ich glaube, das war's dann jetzt auch eben logischerweise. Ähm... Hm, hat man hier am Anfang gar keine... Koba, doch, jetzt. Ähm... Holstet. Ach, Holstet ist ja nichts. Habe ich schon mal auf, ne? Sonst hat man doch so einen Magnetistik, oder? Ah, nee, den hat man beides. Ach, Holstet habe ich da voll irgendwie noch nie. Oh, ich bin Detective. Na gut, ähm... Aber nicht den Daumen vergessen. Und, äh, bis zum nächsten Video eigentlich. Ich kann doch jetzt nicht noch ein Video aufnehmen. Naja, bis zum nächsten Video.